Guten Tag Leute, wir sind wieder da bei der Beta. Guck mal, hier kann man voll viel einsammeln. Jetzt sammeln einen. Ja, ich suche gerade meine Machete. So, was müssen wir denn überhaupt jetzt hier machen? Wir müssen eh noch ein bisschen weiter rüber. Oh, Napa! Sammeln heim! Ich habe voll Napa gefunden. Alles kaputt machen. Jetzt kann ich alles kaputt machen. Ich nehme ein paar Stühle mit. Ich nehme ein paar... ja. Ich nehme Eimer mit. Wie war das mit dem Eimer? Schmutziges Wasser. Achso, wir können hier noch Wasser einsammeln. Ich nehme auch einen Eimer. Ich mache schon ein paar Prings. Jep. Ich habe einen Jute-Sack. Was? Brauchen wir Gummi? Ähm, ja. Die Frage erübrigt sich. Okay. Boah, guck mal hier rein. Hier ist voll viel. Das ist aber schon die Frau gemacht. Was hier? Boah. Ja, jetzt nicht mehr. Nein, guck mal hier. Alter, Schießpulver. Oh, guck mal hier. Da sind sie Zahler gefunden. Oh, ein Ende. Guck mal hier. Oh, alter Schwede. Ja, da hört keine mehr auf. Ja, bei mir auch gerade. Sammeln hier ist so ein richtiges Schießpulverlager gewesen. Ja, da kannst du Kugel mitmachen. Ja, richtig cool. Okay, also immer die Startsachen ausloggen. Äh, ausloggen. Ausrauben. Ausloggen? Ausloggen, ja. Ausloggen. Wir haben nur noch drei Minuten. Sollten wir uns langsam mal? Ja, das sind ja 150 Meter. Boah, guck mal hier. Guck mal hier, 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 hier. Wir haben alles hier. Abzahn. Schnorrer. Ey, mein Sack. Ich hab deinen Sack. Weiß mein Sack in Ruhe. Oh, den Tisch kann man kaputt machen. Ja, das ist Holz, dann kannst du Holzbarrikaden machen. Geht das eigentlich auch kaputt machen? Oh, hier unten geht's weiter. Halette kann ich nicht mitnehmen. Das ist ein Waschbecken. Willkommen bei Minecraft 2018. Ach, scheiße. Stimmt Wasser mitgenommen? Nope. Ausschnitt. Dann brauchen wir einen Behälter. Ach, du hast hier drin. Ah, okay. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich jetzt irgendwo hinguck, wo du schon alles geblendert hast. Kämpfst du gerade, oder? Ja. Alter, die sind Level 20. Sag mal, willst du mich verarschen? Okay, die sind richtig heftig. Ja, wir haben jetzt ja nicht mehr auf einfach, sondern auf normal. Ist die Mission. Aber schon ein bisschen übel, wie lange die brauchen. Ey, man kann sogar die Pfeile wieder aufheben. Was? Hast du jetzt meine Pfeile mitgenommen? Ja, komm her. Nee, ich kann nur ja begrenzte Weise 30 Stück. Alter. Ja, richtig geil. Cool, Alter. Wollen wir jetzt alle? Ich glaube, sie haben viel besser wie die Pistole. Ja, Pistole wirklich nur nehmen, wenn es nicht mehr ist oder wenn die dicken Gegner kommen. Also, ich würde jetzt auch langsam mal Richtung Base gehen, auch wenn da jetzt hier einer aufgetaucht ist. Egal. So, weil, äh, kannst du nicht rennen? Irgendwie nicht. Ich glaube, wir sind zu überladen. Ja, guck mal, links unten steht 120 Prozent. Ich bin bei 119, also, dass wir können. So, guck mal, du hast die, äh, Zuge gelockt und ich bearbeite die von hinten. Aber jetzt sind wir in dem Lager, jetzt haben wir, äh, die ganzen Materialien abgeladen. Äh, hier konnte man, oh ja. Das ist ein Sprenger. Wow. Und wo kann man, äh, hier links, bei mir drüben, wo kann man jetzt hier Sachen bauen? Das wäre eben noch interessant. Ah, ja. Dann können wir den Teleporter hinmachen. Ja, ich glaube, das geht gleich automatisch. Genau. Ja, und wo steht jetzt diese blöde Werkbank? Ja, gute Frage, nächste Frage. Wir können jetzt ja gar keine Zäune machen. Teamwork. Das ist heute interessant. Ja. Das kann interessant werden. Oder kommen Sie jetzt? Wow. Ich bin noch gar nervous. Wow. Aber ich kann auch deine Pfeile aufgeben. Ja, aber du bist du voll bist halt, ne? Ja, klar. Oh no. Ja, wir brauchen definitiv was. Aber du machst ja gar nicht so viel Schaden mit dem Bogen. Nee. Das ist ein bisschen blöd. Hast du nicht irgendwo hier Pfeile hingeschossen? Alter. Alter, hier brennt's. Ja, das war mein, das sind meine Motos. Alter, hier sind jetzt wirklich fett drauf. Oh nein. Ich hab nur noch eine Wiederbelebungspille. Toll. Hast du das oder bist du auch am Boden? Nö, ich war noch gar nicht am Boden. Wie belebe ich? Ah, jetzt komm ich her. Nicht so schlau. Wie sie alle brennen. Ah. Der hat gepanzert. Warte. Okay, komm, 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 komm. Mal, wenn sie so zusammenstehen, ist halt geil. Äh. Wow, 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 wow. Autsch. Ah, der ist schon wieder so ein Bomber. Oh, 10. Was? Auf dem Bomber mit der... Mit dem Pfeil. Äh. Was ist der Bild? Ich brauch irgendwie... Boah. Verteidigung fehlgeschlagen. Ja, aber ich glaub, wir sind auch ein bisschen zu laut dafür. Ja, was stellst du auf normal ein, du Lappen? Ja, das war eine neue Mission, deshalb hab ich gedacht, guck mal die mal an. Aber ich glaub, da sind wir wirklich ein bisschen zu schwach. Äh. Vor allem, wo ist schon hier diese blöde Werkbank hin? Muss ja irgendwo sein. Ja, mal suchen. Was haben wir hier oben jetzt, von der Markierung? Ach so, ich hab ja gar keine Heilungspacks. Aber ich hab nicht einmal am Boden gelegen. Ja, bei mir sind so viele gekommen. Wir haben nur E. Was ist hier drüben? Ich guck hier gerade auf dem Schiff, auf hier. Ah! Ne. Doch, hier. Doch, hier oben ist die Werkbank. Ganz da oben. Ja, die wird zwar jetzt gar nicht angezeigt, aber hier ist es. Ja, das kann sein. Und hier hat der Teleporter hin und dann könnte man da Sachen machen. Ja, wenn wir den scheiß Wurmlock-Generator nicht beschützen müssten. Ach komm, verarsch mich doch nicht. Das kriegen wir alles gar nicht. Doch, ich glaub, wir müssen schon immer. Ah. Ah. Was? Was? Hä? Ja. Da sind ein paar Pünktchen da. Ja und?